meine frage sind so die statistikpunkte hier neue wettbewerb los glaubt du konntest einfach in dieses ding da irgendwie rein war wie kam ich da rein ich weiß doch nicht mehr habe ich dann aber zum beschieds hoch keine ahnung wie ich so komme wie komme ich so hoch kannst du den ding an die ganze klein war von da aus soll so kommen obwohl mein typ fast auf maximum ist habe ich ja glaube ich trotzdem gerade weil du nicht einfach so ein kannst irgendwie kommt es doch so vor als wenn du hier viel langsamer die spezialleiste aufbaust meine jungen gibt es keinen leichteren weg um da nach oben zu kommen also hast du nicht da kommt es auch nicht nach oben ich glaube genau hierüber kamst du glaube ich irgendwie hin oder hallo ist hier noch irgendwas rein oder so dann brauche ich mal geschwindigkeit hier gibt mir geschwindigkeit los geschwindigkeit musst du hier noch richtig verdienen ich habe trotzdem keine ahnung wie die leute das spiel durchspielen ja wohl für sie muss ich jetzt mal frei spielen dafür musste dann glaube ich mindestens mit keine ahnung wie viele leuten das spiel durchspielen ja nur arschgeige ich wollte da hoch war toll tag jetzt geht die zeit schon wieder fast um ich rast aus nein das hätte auch nichts gebracht weil die zeit abgelaufen ist und scheint ok so kommt man das theoretischen theoretisch war wenn man zu richtigen zeitpunkt springen würde man ist das dumm wenn du dich los lässt springe ich oder lass ich los ich springe ok nein 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 das ist doch so dumm gemerkt hast du das wenn die das alles so hoch bauen das ist das schnellste und leichteste hinzukommen komm das erste mal habe ich dahin geschafft habe ich genau durch diese dumme lücke gesprungen wenn dreht dieses spiel wieder durch diese dumme engine und auch mich wieder zurück aber jetzt habe ich geschafft krieg dich auch jetzt geht die statistik punkt sehr gut und weiter ist ja noch statt ist die punkt oder hier runter kann die kamera nicht reden das problem hat ich habe nicht getroffen wenigstens bin ich schon mal einen schritt weiter hat statistik punkt war nicht in der mitte auch noch irgendwo einer oh man komm schon los ja genau da durch so ich bin fast auf der richtigen spur ich treff doch wieder nicht ja getroffen wo tôi hoch man ist das eine pisse kann ich einfach bleiben dann geht ihr dann dahin oder die publias mal aber ja gar nicht das vergebilderung sozusagen man ist immer beim ersten mal hier evalu arri-koll du hast doch wenig schwindigkeit das ist auch stopp stopp wieder geschafft so jetzt aber einen beiden lassen die doch geht doch geht doch geht doch so da ganz hinten ist eine ach du heilige scheiße in seine fresse drecks pisse man wie soll ich da sonst gekommen so kannst du gar nicht springen dahin zu kommen sieht aber so aus als wenn du da hinkommen würdest wenn du diesen eine diese eine ecke nimmst wo der erste statistik punkt war was täuscht das so hier bin ich einfach hier da raus aber du hast keine chance du hast keine chance du kommst wieder oben wie sollte das gehen bitte komisch dass er einmal bei manchmal ein magnet bord hat und egal wenn du rüppel oder machte mal kein worldwide aber wie sollte dahin kommen in dieser piste kacke hier und wie soll ich in dieses rote ding kommen ach so ich glaube ich das rote ding kommen das ist mir fast klar sogar wenn dieses spiel mal machen würde was ich will hier und ja was zurück kloppen hier ne das reicht nicht selbst wenn ich ein bodenliss gemacht hätte das würde nicht reichen pisse pisse ist das fahrstuhl ne ok sah fast so aus ist das der richtige weg glaube ich auch wenn das irgendwie richtig aussieht ah man muss ich noch spitze ran damit den worldwide machen kann alles noch wegen ein statistikpunkt den ich theoretisch gar nicht brauch was war das fiktig doch er legt mich am arsch raus 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 die wir zum kreuzfahrtschiffen scheiß auf den scheiß der statistikpunkt die scheiß zwei statistikpunkte pisse hier sind sogar ziele in den level ok aber mein handy geben auch die ganze um sagt bling 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 ich möchte ich sie an bord der ss neversoft skatecrews willkommen heißen wir wünschen ihnen einen angenehmen aufenthalt was für ziele naja so ein extra level ne viel spaß mr profiskater hast du die verdient oh wie nett danke aber ich weiß hier weiß ich die ziele nicht mal wirklich alle auswendig auch scheiben gleich so lange her dass ich das level gespielt habe ja wie gesagt ist auch nur der next-chain fassung ne war auch noch eine action action wie auch wird man das wieder hören demnächst wenn die nächsten konsolen rauskommen oft genug ach so kann es aber von hierher kommt das könnte auch hier hat auch das wort aus punkt reicht der frau nicht was soll er redet er gerade über selbstmord natürlich steht jetzt der eine der eine punkte habe ich ihn eingesammelt dass der buchstabe oder hat er mich jetzt gerade woanders ganz woanders hin gespawnt sehr gut das ist immer gut bei techniker wenn irgendwo vorstehen dann so ich glaube das kriege ich nicht nicht so wie viele sagen nein das ist ja dort drin ich hab's übersehen ich bin nicht selber ein ich kann sich mal ein klub soll ich ein klick machen wow zwei von sieben also ich glaube das ist nichts in der zeit ich glaube ich schaffe jetzt nicht mehr in der zeit tötele lauf werden wow ich habe nur das geld gesammelt naja hebt die fähre an da muss wahrscheinlich hier auch irgendwo gewinnen verwüßt das museum klingt leicht einfach nur verwüßt inwert am stromkabel das stromkabel soll ja das hier oben sein da kommst du naja so eigentlich auch nicht ran auch wieder nur wo du schieten würdest ne schietan das ist blub das ist blub so wie geht die frotiger nach oben läuft deck was ich habe ich ja nicht ich bin mehr dass ich sie eingesammelt habe sehr gut auch gut ne ziele schaffen wurde sie zu schaffen zu wollen soll ich jetzt einfach nur ein rollball machen wäre ich dumm ja stumpf neuer so wie technik funktioniert sie nicht schlag einfach auf die funktionierde natürlich nicht so was soll ich hier machen einfach nur so kaputt machen ach ne bestimmt hier oben ein oh mann komm schon neuer so 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 pc die bietet hallo soll beeindrucken oder seite die falschen mädchen ane da das ist ein extra extra die neten der was oft mädels ja nummer eins hier oben im deck phänomenal sowohl sie ließe nein hallo 3.000 punkte reicht schon so viel stumm recht sie ansagen ja so dass die frau ich habe auch schon gesehen hat sich versucht das a bekommt zu ab also da ich noch eine sagen reiter 3000 punkte ja 3000 bereich und da ist die letzte durch schon nein eine fehlt noch scheiße ich dachte schon alle ich weiß nicht wo die letzte ist sie ganz oben bestimmt da wo ich gestartet habe ich jetzt auch noch mal vermuten nein da wo ist sie denn schön ja wo war die denn ich habe es auf jeden Fall geschafft glück ab in wert am stromkabel an den stromkabel am meisten in wert ich glaube es ist ein trick wie mache ich den kann man ja auch extra noch mal die levels die land ziehen die filme da geht das versteckte teams außerdem da oben in wert am stromkabel ist das ein trick muss ich ja ne aber wie kommst du da regulär hin wahrscheinlich hier warte nein ich wollte sagen wahrscheinlich und ich ja bloß eine etage höher ich denke man muss irgendwie hinspringen dabei geht das auch immer indem man einfach geheimnis ja siehst du genau das genau das wollte ich das war wie du nicht runterfallen frage was in wert muss der trick seine stadt in wert nein ich das in wert nein wenn wir mal durch irgendwas ist nein rocket over quark was gar nicht was gab es hier noch das andere sind alles andere tricks ich wollte sagen oder ihr genau die meint aus dem pool ein lip trick an den stromkabel ist theoretisch möglich aber auch nur mit modenphysik ich würde aber nur denken dass du die ganzen dinge alle oben umgehalten muss so ungefähr bei diesen ist auf einmal weg oder so eigentlich die falsche richtung wir sind wieder da ach so die siehst du noch nicht wenn du hier bist alle passagiere ich wollte ihnen mitteilen ach so ach doch eisberg keine scherz am rande keine sorge meine beurte das einzige eis das in der karibik befindet sich in ihren margherita komischerweise sie haben die tonnenweise sprüche dafür reingemacht ne finde ich auch richtig kuchen ach ja sehr gut ich weiß trotzdem nicht was das ist doch mal in wert das ist doch ein lip trick aber hä glaubt in wird ist ein lip trick ne warte wir drücken mal runter in wert ja okay ist ein lip trick gemeint das heißt er muss eigentlich die hier meine von unten geht das ja gar nicht ach man komm schon du sollst gar nicht du machst deine trick du sollst lip trick machen du bist du ein ist ja das war ein wert ist das richtig wahrscheinlich eine stufe höher oder was oh man eine stufe höher habe ich gesagt das ist richtig das stromkabel weiß ich gescheidlich ich weiß nicht wo wo ist das stromkabel fahrhard dann noch mal weil daran kann ich ja schlechten lip trick machen oder wollen die das wirklich aber da wo man den spiel trocken legen und ehrlich ehrlich bin ich habe keine ahnung mehr wie du den trocken legst du kannst es waren das weiß ich noch aber ich weiß nicht mehr wie du es machst ist auch irgendwo hier einfach eine ventil oder so versteckt hallo habt ihr ventil hier zufälligerweise vor dem pool noch kurz das wasser abdrehen nein 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 kommen ich wollte den scheiß kuchen reinfahren nein das auch nichts nur einen statistikpunkt fehlt noch das deck habe ich schon gesammelt und ich weiß immer noch nicht wie ich einen inwert am stromkabel ist jetzt wieder google wieder google das einzige ziel was google müsste ohne scheiße der statistik punkt einfach über den über den pool genau um den pool leer zu machen oder auszutrocknen muss ich einfach nur über den pool springen das würde keinen sinn ergeben